Mit Abnehmshakes macht die D&D-Industrie am meisten Umsatz. Von Almazet, Jokebo oder auch Slimfast gibt es extrem viel Auswahl. Und gerade wenn man sich mit den Produkten beschäftigt und sich mal die Produktseiten durchliest, ist es schon fast zu schön, um wahr zu sein. Vor allem, wenn du einen stressigen Alltag hast, keine Zeit hast oder auch keine Lust hast zu kochen, dann sind diese Shakes natürlich die perfekte Lösung für dich, wenn du abnehmen möchtest. Aber die Frage, die wir heute in diesem Video einfach mal aufklären wollen, ist, wie gut sind Abnehmshakes wirklich, um abzunehmen? Kannst du damit wirklich dauerhaft abnehmen? Und wie kannst du sie für dich auch sinnvoll in dem Alltag einsetzen? Hallo und willkommen, hier ist wieder Martin Dein, Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Die Hose kneift und das Lieblingskleid verstaubt irgendwo in der hintersten Ecke im Kleiderschrank. Du stehst selbst vor dem Spiegel und dir gefällt gar nicht, was du da siehst. Du fühlst dich super unwohl, bist super unzufrieden, fühlst dich sogar unattraktiv. Und der Sommer rückt immer näher und du willst ganz schnell noch abnehmen. Und genau da kommen natürlich diese Abnehmshakes wie gerufen. Denn die Diätindustrie bietet dir eine riesengroße Auswahl an Shakes. Slimfast bewirbt zum Beispiel ihr eigenes Produkt mit die Diät, die man dir sofort ansieht. Oder einmal seht, verspricht auch, dass du nicht nur schlank wirst, sondern sogar auch vitaler wirst und mehr Lebensfreude bekommst. Die Werbung preist letztendlich einen einfachen und schnellen Weg an, um dein Wunschgewicht zu erreichen, das ganz ohne Kalorien zählen oder irgendwelchen großartigen Veränderungen. Das ist vor einigen dann super, wenn du einen stressigen Alltag hast, du musst nicht kochen oder generell dir Gedanken machen, was du jetzt isst. Du nimmst dir einfach das Pulver, machst es in den Shaker rein, ein bisschen Wasser dazu oder auch Milch, einmal schütteln, fertig trinken und das war's auch schon. Kein elendig langes Kochen in der Küche, Dreck oder sonst irgendwas. Denn letztendlich sollen diese Abnehmshakes eine oder mehrere Mahlzeiten von dir im Alltag ersetzen und so sollst du ganz automatisch in ein Kaloriendefizit kommen und abnehmen. Um sich einfach mal kurz die Entstehungsgeschichte von diesen Abnehmshakes anzuschauen. Diese Abnehmshakes wurden letztendlich entwickelt für stark übergewichtige Menschen, die ihnen dabei helfen sollten abzunehmen unter ärztlicher Aufsicht. Heutzutage findet man diese Produkte halt überall, ob jetzt in Apotheke, Reformhaus, Supermarkt. Der Angebotsmarkt dafür ist einfach riesengroß geworden. Klar, man kann halt natürlich auch ganz viel Geld damit machen. Aber die große Frage, die sich hier natürlich stellt ist, kann man mit diesen Abnehmshakes wirklich erfolgreich abnehmen? Ja, kann man. Denn pro Shake, den du zu dir nimmst, nimmst du so knapp 200 bis 400 Kalorien auf. Und diese Shakes haben ja die Aufgabe, eine Mahlzeit von dir zu ersetzen. Und so kommst du letztendlich viel, viel einfacher in einen Kaloriendefizit. Und um es hier noch ein bisschen greifbarer zu machen, mache ich dir kurz ein Beispiel. Du ersetzt zum Beispiel mit einem Shake dein Mittagessen. Du würdest sonst vielleicht zum Mittag auf Arbeit Nudeln mit Pesto essen und dazu noch ein Dessert. Das hat vielleicht so roundabout 800 Kalorien und so ein Shake 200 bis 400 Kalorien. Also du würdest in dieser Mahlzeit, nur weil du diese Mahlzeit mit einem Shake ersetzt, 400 bis 600 Kalorien einsparen. Und somit soll es dir einfacher fallen, in ein Kaloriendefizit zu kommen. Und es soll für dich eine schnelle und einfache Lösung für deinen stressigen Alltag sein. Und genau hier schließe ich jetzt die zweite Frage an. Und zwar kann man mit diesen Abnehmshakes wirklich dauerhaft erfolgreich abnehmen. Der größte Wunsch der meisten ist ja einerseits Gewicht zu verlieren und dann vor allem danach das Wunschgewicht halten zu können. Und dieses Halten des Wunschgewichtes ist natürlich das, was am allerschwersten fällt, weil hier kommt ja meistens die Jojo-Falle zu tragen. Und genau hier ist der Knackpunkt von diesen Abnehmshakes, denn sie helfen dir nicht dabei, erfolgreich dauerhaft abzunehmen. Weil sobald du dann einmal dein Wunschgewicht erreicht hast durch diese Abnehmshakes und du dann wieder genauso isst wie vorher, also wo du dich noch unwohl gefühlt hast, kommt einfach das ganze Gewicht wieder zurück. Der Jojo-Effekt kommt zum Tragen und du hast im schlimmsten Fall sogar noch mehr Kilos wieder drauf als vor der Diät. Weil sobald du wieder aufhörst, diese Abnehmshakes zu dir zu nehmen, weil du vielleicht dein Wunschgewicht damit erfolgreich erreicht hast und du genau zu deinen alten Essgewohnheiten wieder zurückkommst, wie zu dem Zeitpunkt, wo du dich irgendwo gefühlt hast, dann nimmst du einfach auch wieder zu. Die Jojo-Falle kommt zum Tragen und zum schlimmsten Fall hast du sogar noch mehr Kilos drauf, als vor der Diät mit diesen Abnehmshakes. Und ich verstehe das. Irgendwo sucht man halt immer nach der einen externen Lösung, das eine Wundermittel, die eine Diät, die endlich zu dir passt und womit du jetzt endlich abnehmen kannst, die Abkürzung, wo es ganz schnell geht. Und ich kann dir sagen, nachdem ich Dutzende Menschen die letzten Jahre begleitet habe zu ihrem Wunschgewicht, sehe ich halt wirklich, was zum nachhaltigen Abnehmen führt. Weil letztendlich ist dein Körpergewicht immer ein Spiegelbild deines Lebensstils. Und dein Lebensstil ist dein Alltag. Also dein Alltag wird ja letztendlich bestimmt durch Routinen und Gewohnheiten. Also Dinge, die du schon fast automatisiert tust, wo dein Tagesablauf zu 80% immer gleich ist. Genauso auch deine Essgewohnheiten. Also das, was du jeden Tag immer wieder isst. Dann gepaart mit vielleicht viel Stress, wenig Zeit. Du hast vielleicht auch noch einen Beruf, in dem du viel sitzt. Dann bewegst du dich auch noch vielleicht viel, viel weniger im Alltag. Du schläfst schlecht, du hast wenig Energie. Und all das spiegelt sich letztendlich wieder an deinem Körpergewicht. Und hier ist es wichtig, da anzusetzen und da Schritt für Schritt das Ganze anzupassen. Und das ist wirklich auch super, super wichtig und ein absoluter Game Changer, wenn man halt wirklich Ziel erreichen möchte. Und vor allem, wenn du dein Wunschgewicht erreichen möchtest, konstant Schritt für Schritt mit einem roten Fahnen vorzugehen. Sehr oft sehe ich einfach auch, dass radikal gehandelt wird. Also so der Klassiker von, ab Montag mache ich alles anders. Oder dass man dann ganz krass verzichtet, ganz viel Sport macht und das dann vielleicht drei, vier Wochen durchhält, einfach keine Energie mehr hat, vielleicht auch die Erwartungen nicht erfüllt werden und man wieder zurückfährt in alte Muster, bis es dann wieder ganz schlimm ist und dann fängt man wieder radikal von vorne an. Also hier ist wirklich Konstanz das Allerallerwichtigste. Und ich weiß auch hier, dass das größte Problem beim Abnehmen immer Durchhaltevermögen, Disziplin und Konstanz ist. Und das liegt meistens daran, dass wir zu extremen Handeln. Also auch hier Schritt für Schritt genau diese Punkte mit einem roten Faden anzugehen, um letztendlich auch neue Routinen und Gewohnheiten zu schaffen. Und dann natürlich auch Klarheit zu kriegen über die Ernährung und ein Fundament sich aufzubauen, worauf es halt wirklich ankommt. Also was sind die allerwichtigsten Hebel, um dein Wunschgewicht zu erreichen? Ja, ist es jetzt das Mahlzeitentiming, wann sollte ich was essen? Oder es ist viel entscheidender, was ich esse? Oder woran könnte es denn vielleicht noch liegen, was ich gerade selber nicht sehe? Um letztendlich auch dein Wunschgewicht zu erreichen, unterhalten zu können. Und durch diese ganzen kleinen Schritte, diesen Prozess, den man letztendlich durchläuft mit einem ganz klaren roten Faden, wo man immer an dem wichtigsten Hebel arbeitet, verändert sich auch dein Lebensstil. Und das spiegelt sich letztendlich wieder an deinem Körper, an deinem Wohlbefinden, deiner Lebensqualität wieder. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der größte Einflussfaktor letztendlich dein Lebensstil ist, die man Schritt für Schritt anpasst und nicht alles mit einmal ändert oder zu viele Sachen gleichzeitig zu extrem angeht, weil dann fällt man ganz schnell einfach wieder zurück. Und dann möchte ich dir jetzt am Ende natürlich auch noch mitgeben, wie kannst du trotzdem solche Abnehmenshakes sinnvoll für dich einsetzen? Na ja, gerade wenn du im Alltag keine bessere Option siehst, also auch hier ein Beispiel, du bist vielleicht auf der Autobahn unterwegs, fährst halt sechs, sieben Stunden oder vielleicht auch nur drei, vier Stunden über die Autobahn und da reiht sich natürlich eine Fastfoodkette an die andere und hast vielleicht auch selber für dich nichts vorbereitet, was du dabei hast, dann würde ich tendenziell wirklich eher zu einem Shake greifen, weil es ist super einfach. Das kannst du dir einfach mitnehmen, machst ein bisschen Wasser rein, trinkst es, anstatt halt irgendwo bei Burger King oder McDonalds anzuhalten und dir ein dickes Menü rein zu pfeifen, was dich alles andere als unterstützt beim Abnehmen und du dich danach noch fühlst wie ein Stein und ein schlechtes Gewissen hast. Also wenn du in deinem Alltag keine andere Option siehst, ja, also auch anderes Beispiel nochmal, Mittagspause. Du hast aus irgendeinem Grund vergessen, dir zum Beispiel dein Mittagessen mitzunehmen und die einzige Option, die da sind, für dein Mittagessen auf Arbeit ist, okay, entweder Pommes, Burger, Pizza oder Döner. Hier ist dann einfach die beste Wahl, zu solch einem Shake zu greifen und das mal zu nutzen. Also auch hier, um es sinnvoll einzusetzen, um dich letztendlich auch zu deinem Wunschgewicht zu bringen, ist es hier wichtig, das in Ausnahmesituationen zu nehmen. Also so ein Abnehm-Shake ist dann immer nochmal die bessere Wahl, jetzt irgendwo zu Fastfood zu greifen. Also deswegen hier Lebensjahr Schritt für Schritt angehen und in Ausnahmesituationen, wenn wirklich keine bessere Auswahl als Burger, Pizza oder Döner da ist, dann kannst du auch gerne mal zu solch einem Abnehm-Shake greifen, weil der unterstützt sich viel, viel besser als jetzt irgendwie ein Burger bei McDonalds. Und dann hoffe ich, dass ich dir ein paar Impulse mitgeben konnte. Vor allem auch, weil ich Klarheit geschafft habe zum Thema Abnehm-Shakes. Ist es sinnvoll oder nicht oder wann sollte man es vielleicht einsetzen? Und wenn du gerade selbst auf dem Weg bist, für dich etwas verändern zu wollen, dein Wunschgewicht zu erreichen, dich wohler zu fühlen, zufriedener mit dir zu sein, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Denn hier findest du lauter Videos rund um das Thema Abnehmen und das halt aus einem komplett anderen Blickwinkel, als es vielleicht bisher erkannt ist. Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Video. Mach's gut!